ja damit herzlich willkommen zu einem neuen projekt von uns mit mono und nation hallo und zwar geht es diesmal um for the king ein rollenspiel im winter so ein bisschen an years of magic und was fällt uns noch ein weiß ich nicht auf jeden fall wir ziehen nacheinander unsere einzelnen figuren gehen jetzt in einer kampagne vor die wir auch hier anfangen mit rosemann königin von farol und während des spiels erklärt man alles weitere was denn für eine kampagne im königreich fahrhol keine ahnung ich habe den namen gegen die hauptkampagne richtig für den könig für den könig hieß es richtig danke erst findet der zauberer reflektor dann wird mein eigener ehemann in seinem palast erschlagen du bist vielleicht die letzte hoffnung für farol aber dass das ist eine frau ich habe keine lust hochzunehmen das ist albern so das ist das erste ziel wir sollen also nach holz rauch gehen da wir den anfang schon kennen erzählen wir das einfach so und ich beginne dann und kann erstmal in der stadt gucken was ist denn hier schön es gibt allerdings habe ich kein geld und kann sowieso nichts kaufen aber du könntest einen job annehmen ne job wer macht denn jobs ok ok dumme idee sorry ja und zwar da haben auch das erste chaos reduzieren das bezieht sich hier auf die obere leiste das chaos ist dieser totenkopfschädel wenn der aktiviert ist das heißt also ganz nach links gelaufen ist bedeutet das nichts anderes als dass wir einen bestimmten malus haben zum beispiel wird uns ein beutegegenstand geklaut oder wir kriegen nur schaden nach jeder runde oder ähnliches deswegen so angenehm gehen loszuwerden zweite mission wäre eine lieferung da würden wir flinke schuhe bekommen wo die sind gar nicht schlecht möchte jemand flinke schuhe von euch haben kennt ihr die noch muss nicht unbedingt sein mono kennt die bestimmt ja ich bin cool aber ich denke aus produktion ist wichtiger ja da ist anders wieder kopfgeld 30 gold 10 gold ok dann machen wir das mit dem chaos platzieren das wird direkt nebenan das ist praktisch perfekt ja dann zeigen wir auch direkt das im kampf funktioniert also ich sehe dann wenn ich mit dem maus drüber gehe in welchem umkreis meine leute mit mir kämpfen können und wie man jetzt sieht ist alles im roten bereich also attacke ich hätte mir eine fähigkeit meines helden aber da müsste ich den fokus benutzen dazu kommen gleich überhaupt schon gesagt was für eine klasse du bist ach so ich weiß überhaupt dass es verschiedene klassen gibt ja dann mach das doch erzähl doch mal ich bin hier der neuling im stil das darfst du machen nein auf jeden fall es gibt mehrere klassen oder verschiedene klassen im spiel die eben besonderen wert auf verschiedene attribute legen hier unten ich zeige euch das mal bei mir sehen wir ganz viele verschiedene attribute darunter stärke vitalität intelligenz und so weiter und so weiter in vielen klassischen rollenspielen sage ich jetzt mal der geom und der ist ein du bist ein feinsteller oder ich bin ein feinsteller genau ich bin zum beispiel ein holzfäller und ich bin genau und in dem kampf hat man gerade schon gesehen oder wurden dann bei mir drei symbole angezeigt auf die wird gewürfelt und das sind die talent leben hat aber einen fall ist also wirklich das talent talent gewesen und man kriegt eine bestimmte prozentzahl angezeigt wie wahrscheinlich es ist dass man die voll bekommt und bei vielen angriffen ist es so dass man dann zum beispiel rüstungs durchdringung hat wenn man es komplett schafft oder wenn und anderen zusätzlichen effekt bekommt und das ist auch krit schaden wie bei rollenspielen üblich aber das sieht man jetzt im kampf sowieso genau mono weiß nicht was er tun soll warum reich ich den rechts rechts an ja weil der ja guck mal was er dran ist ihr seid beide vorher noch mal dran ja hier oben sieht man auch das level vom gegner beziehungsweise die level vom gegner die große rote zahl ist die hp zahl und bei den chaos akkolyt rechts zum beispiel da steht doch nur zwei darf jetzt gerne erklären was das bedeutet ach so du meinst das mit dem schild ja das ist die einfach die rüstungsklasse oder der rüstungs wert blauer schild bedeutet körperlichen schaden und violetter schild bedeutet magischer schaden bzw steht gegen entsprechende schon auch nicht bluten macht nicht wirklich viel schaden also ich hätte auch nur sechs auf den einzelnen machen können auch dafür auf manche verstehe auch gerade nicht so ganz ohne mich behauptet mein stadt würde auf talent gehen der geht aber auf wahrnehmung wahrnehmung boi ja super und den geht schon nicht mehr so gut fängt super an ja das war sehr gut damit hat er wieder vier schaden auf alle drei gemacht damit ist einer schon mal weg das ist ja jetzt schon das ist der erste gegner und jetzt eigentlich total pille palle und ja nicht pille pille genug für uns ja die sind halt auf level 1 wir sind level 0 ja aber trotzdem ja ich zeig das mal mit der maus hier unten genau hier ist der spieler level nicht bei 1 so dann nehme ich den da haben wir noch zum beispiel genau das sind eigentlich mit unter die wichtigste ja da haben wir ne warte mal was denn ich geh auf den wer ist nach mir dran monos nach mir dran ne ja ja ich kriege ihn nur kaputt wenn ich voll treffe genau alles mit dem fokus raus und müssen wir wegkriegen ja das ist scheiße ja dann kriegt er gar kein tot oder doch wenn ich voll treff wie gesagt dann krieg ich ihn tot perfekt durchsport 6 schaden weg ist er ich auch und geomon ist auch weg ja darf ich dich wiederbeleben nein oder soll ich lieber mach den weg ja gut ihr seht 78% wahrscheinlichkeit mit 12 schaden geklappt hat es bis jetzt noch nicht einmal das ist das erste mal wunderbar und den geomon den lassen wir hier liegen für den ist das kapitel jetzt der ende nein quatsch ähm wer möchte denn geomon kann grad nicht wir haben keinen monomüster ich glaube keiner hat nen bonus du kannst es einfach teilen achso oder selber nehmen ist egal machen wir auf die schon genau genau am ende werden immer die items verteilt ja und dann kann man dann weggemacht wie man da oben jetzt sieht genau da oben jetzt bringt es gar nicht mehr jetzt ist es verschwunden in der zeitleiste jetzt haben wir erstmal wieder mehr zeit äh ja könntest mich mal aufheben da ähm dann sieht man du musst auf mich drauf stopfen aber will ich gar nicht lang willst du wohl und dann sieht man hier oben wir haben einen gewissen lebensvorrat und dann haben wir jetzt gerade schon aufgebaut also ich boah fängt super an so ich würde jetzt gerne in der sechsenlager machen aber mono und keom und den geht es beiden nicht mehr gut hat hat keinen sinn ja ich werde schlafen schlafen gehen alles klar dann geh doch zum helden und obwohl oder helters bronze kann ja eigentlich mitnehmen oder mono holt sich das gleich der hat mehr fokus ja ich glaube auch das ist besser ich habe doch vollen fokus das würde jetzt bei mir totale verschwindung sein aber ich muss mich halt definitiv heilen ja werde ich da unten geheilt bei dem typen oder kriege ich halt nur vollen fokus ja aber du wirst auch geheilt aber das ist die angaben ohne gewehr okay dann probiere ich das aus ich meine so gesehen wäre eigentlich für dich am besten weil du am wenigsten ep hast aber also wenn du den ja hat er auch wieder recht das ist richtig aber mich kriegen wir schon immer hin ja äh ich weiß gar nicht genau was ich machen soll ich äh bin überall ja wir müssen nach holz rauch dann würde ich sagen gehe ich einfach mal nach links so mein zug über mir ist ein bestiermensch aufgetaucht lassen wir jetzt aber auch erstmal in Ruhe wie sie sehen werden wir auch geheilt wenn wir da rauf gehen ne er ist durch den levelaufstieg gehalten ach so das kann ja stimmt er ist level aufgestiegen ach so mehr hätte jemand geld da lassen müssen oder auch egal na ich komme einfach einen schritt zurück ja ich bin nur zu fokus dafür stell mich daneben wenn du dann auf die stadt gehst dann kann ich dir was rüber schieben oder so ja ja das war es für mich schon so und damit ist Kea Omri wieder dran oben links stehts wo schön auch keins sind mehr ja halt dunkel laufen so hier ist etwas unbekanntes hier haben wir so ein bisschen neugierig ich gehe da einfach mal rauf und das ist äh Da ist aus Talent Intelligenz und Nation ist nicht für Intelligenz bekannt. Also in unserer Gruppe auf jeden Fall. So ein Arsch. Wo gehst du? Wo hast du denn? Würde ich sagen. Ja. Der alte Mann ist im Stinker da unten. Warum hast du den bestigen Menschen denn nicht? Weil man noch nicht voll geheilt ist. Ja und? Ja das hätte ich schon überlebt. Also es ist ja nur der Spiel und die komische Hex oder? Ja ich weiß dass sie Stufe 0 sind. Ja Unterstützungsreichweite hat Nation leider nicht mit dem Hallseller ist klar. Ist mich ein Schritt zu weit gegangen ne? Ja. Ja dann mach doch ohne mich. Und das war der Beweis für die Intelligenz. Ihr versteht schon. Meinst du wir sollen den ohne dich umhauen ja? Mach euch. Hey komm ihr kriegt maximal zwei EP ich werde das überleben. Mach du erstmal deine Intelligenz hier. Hol du deinen Fokus. Naja ich verliere meinen Fokus. Schade. Ah gut die kriegen wir auch so um. Nehm ich mal an. Du hast ja noch Fokus. Leider nix mehr. Aber es nehmen wir. Die alte Hexe die kann ja wirklich auch gar nichts. Die kann sowieso nix ne. Mohn gegen Feuer im Mohn gegen Gefrieren. Weil wir die wahrscheinlich zuerst umhauen sollten ne. Weil die. Also den bestien Mensch von dem kriegen wir sowieso einmal Schaden. Ja. Und ne Hexe können wir ihn wenigstens vermeiden. Mein Fokus. Also man kann ja. Das hat man erklärt ne. Ach das nicht zu zweit zwölf. Achso ne er ist erst. Ich verstehe schon. Man kann auf jeden Fall dadurch seine. Prozentszahl erhöhen. Und in dem Fall war das auch gut so. Ich war für grad super. Ja jetzt hat Mono die Kionmonrolle übernommen. So wie bei unserem Spiel letztes Mal. Erster Hullaufwünsch. Boah. Ich hätte doch den Fokus nicht müssen. Oh man hoffentlich ist die Blutung jetzt nicht. So. Oh ja. Ist noch nicht dran. Oh wow. Gut. Oh man. Das war ein kurzes Let's Play. Alter Alter. Ähm. Soll ich dich erst wieder beleben oder den umbringen? Hau den um. Oder kannst du mir aber erst wiederholen wenn du möchtest. Also du bist ja. Du bist ja safe. Du. Dir kann ja nix passieren. Ja. Also du wirst ja nicht sterben. Ja aber wie sicher ist es dass er dich danach nicht gleich wieder umhaut. Genau mit 13. 13 HP das geht. Wow. Das läuft echt gut. Läuft echt gut ja. Das läuft super. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr zugetraut. Wir sind immer noch bei Tag 1 und haben schon zwei Lieben. Also wie machen wir das denn mit dem Gold? Also ich würde auf jeden Fall gerne zurückgehen und mich heilen. Hast du nicht genug Geld? Hast du nicht genug Geld? Das ist für dich. Das ist für dich. Ja. Den werde ich auch direkt benutzen. Boah aber vier Abfragen. Ja gut aber er macht mir Schaden und plus zwei Ausweichen und so. Das ist auf jeden Fall besser als das ich jetzt habe. Und habe Unterstützungsreiche. Die habe ich also auch nicht. Achso du bist ja noch nicht da. Ja gut. Richtig ich muss hier erstmal ein Päuschen machen. Okay. Dann gebe ich dir mal kurz das Geld was ich noch habe. Mehr habe ich leider nicht. Keine. Ich habe dir gerade auch alles rüber geschoben und dann sind wir nach dem Gasthaus nur zwei oder so bei dir übrig geblieben. Dann gehe ich mal Richtung Heiligtum da oben. Oder möchtest du das lieber? Meinst du mich jetzt oder Nation? Ich meine dich eigentlich. Achso. Kannst du auch haben. Nö. Nö. Ich bin ja sowieso so weit weg. Ich bin doch jetzt erstmal zur Stadt und trafst du dann da. Also nimm es ruhig oder Nation nimmt es wie auch immer. Und ich bin bitte mal. Das möchtet. Ja für mich ist es ja zum sinnvollsten. Immerhin 4 AP. Immerhin. Immerhin ja. Ich lebe noch. Ja. Okay. Also das Becken hat man gerade schon erklärt. Es wäre ein Teleport. Aber leider brauchen wir da auch zwei Stecken. Genau. Also Nation könnte ja schon mal zu Holzrauch gehen. Oder wie gesagt du kannst auf den Schreien. Nur wenn du es. Warte für mein. Noch Holzrauch. Du meinst schon. Ähm. Ja. Ja. Aber auch das wäre wichtig. Immunität ist immer gut. Der gönnt mir ja nix. Doch den Tod habe ich dir gegönnt. Was hast du mir gegönnt? Den Tod habe ich dir gegönnt. Achso. Wow. Wow. Der welche ganze Zeit so gemeine Sprüche ablässt. Hm. Weißt du auch Karma ist ne Bitch. Sprechen wir uns gleich nochmal drüber. Da. Aida bist du nicht dabei. Sonst könnten die Hexe. Ach nee bist du auch nicht dabei. Du bist einen Schritt zu weit. Ja ich habe auch gerade geguckt. Bei der Hexe ist er auch nicht dabei. Da wären wir dann nur wir beide gewesen. Da bei der Hexe wärst du. Ja aber auch zu weit. Das ist ja das Problem. Ja ich sowieso. Aber ich habe gerade gedacht ob ich die vielleicht angreife. Ja. Da wärst du ja auch dabei gewesen. Ja das ist jetzt so ein bisschen suboptimal. Wie soll ich denn jetzt noch nukken? Selbst verstehen. Auch nicht verkehrt. Dann stelle ich mich da hin und dann kommt ihr gleich mal vorbei und versuchen wir mal gemeinsam hier ein paar Leute weg zu hauen. Oh schönen Tag. Ja habt ihr vielleicht gerade auch gesehen oder auch nicht Schritte die nicht benutzt werden. Werden dann am Ende der Runde in Leben umgewandelt. Ja bei der Kampagne zumindest. Bei der Kampagne zumindest. Ich kenne nur die. Also kann ich nur so erzählen. Gehst du denn den Bestienmenschen an oder wo willst du hin? Ne ich hab mal gerade in den Markt geguckt. Den schweren Bogen den du gerade gefunden hast. Den gäbe es hier sogar zu kaufen. Ja ich kann unten das Bestienmenschlager angreifen. Da wär der dabei. So da haben wir es zwei mit magischer Rüstung oder mit magischem Widerstand und einen mit. Ja. Erst die Hexe oder? Einen von den beiden. Okay dann machen wir den. Ich hab keine Ahnung was der Kampagne ist. Boah. Kürbisch. Der war. Ja wirklich gutes Würfelglück gerade. Wo macht man das? Ich hab sogar ausweichen 17. Aber ich schaff's trotzdem nicht. Probieren wir's mal so. Da schaffe ich vier. Mhm. Ist klar. Schlecht. Schlecht. Okay. Da wird mal eine Runde. Reefofokus kommt durch was jetzt? Kommt durch meine. Ach du hast ne Fokus auf die Fähigkeit. Reefokus ist meine Charakterfähigkeit. Und ich hab immer am Ende des Zuges ne Chance einen meiner Fokuspunkte wiederherzustellen. Mit dem Gelehrten. Also ich weiß gar nicht wie war das schon bekannt, aber das war jetzt für die Zuschauer. Ja ja. Ähm ja dann greifen wir den nächsten Blitz den Menschen an. Punkte brauche ich. Bis zum raufsteigen. Oh das ist doch alleine. Ach genau du bist ja jetzt ein Hinterhaltsherz. Theoretisch schon ja. Theoretisch schon. Spiel der Dreck aus sein schlechtes Würfelglück an. Ja. Den einen hättest du das auch noch machen können. Das wär gut gewesen. Mhm. Ich sag ja 17 Ausweige. Ich schaff's trotzdem nicht. Wow. Ein EP. Amazing. Ja. Ja man nimm du das mal mit. Du brauchst ja gleich schon wieder fürs in 5. Vielleicht. Deine Stärke ist nix für mich. Das ist eigentlich was für Elen Nationa. Ich werd sie auch erst mal nehmen. Na gut. Ab nach Holzrauch. Okay. Wächterwald. Da sind dann die glitzelnden Steuern. Das müssen wir erst mal freischalten. Oh. Und da können wir wieder mal ein Chaos verhindern. Ich glaub wir könnten mit Guillaume uns zugende dann auch die erste Folge beenden. Ja. Okay können wir machen ja. Achso nächste Quest nämlich noch an. Ja ja mach noch alles was du zu tun hast und so. Also kein Stress. Und dann werden wir wieder Chaos reduzieren. Also der Gegenstand wäre ein Glasbogen. Der Nachter ist nur das blöde Ding kann zerbrechen. Also wenn diese Probe beslingt. Dann zerbröselt er direkt. Also eine echte Glaskanule. Und ja gut. Das Geld macht wieder keinen Sinn. Also würde ich wie immer sagen Chaos reduzieren. Chaos reduzieren bin ich immer dabei. Und dann lege ich mich aufs Öhrchen. Und würde sagen wenn jetzt nicht das nächste Mal dran ist sehen wir uns auch wieder bei ForTheKing. Bis dahin erstmal ciao. Genau.